Ja, 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 da sind wir wieder. Immer noch gleiche Aufnahmesession, nur mit kurzer Pause dazwischen. Einige raucht, ein Red Bull getrunken, also billig Red Bull, ich will hier keine Werbung machen und weiter geht's. Direkt weiter, aufs Maul. Was ist da? Gar nichts, lol. Naja. So, schauen wir mal. Wow! Wer kommt denn da? Was tippt für außer Reichweite im Dämonenmodus ist Dante gegen das Boden in Fer... Ah, cool. Warum, warum weiß ich das jetzt erst? Oh nein! Ja, na, das ging ja jetzt halt recht einfach. So, was ist da los? Schauen wir mal weiter. Immer weiter, immer weiter. Wer glaubt mir, dass da jetzt irgendwas Böses passieren wird? Finden wir es raus und gehen... Ich hab nicht auf die Stop-Ur gedrückt, ich drück mal hier rauf. Wird's wieder Überlänge. Ach, nö. Pam, 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 aufs... Was? Hallo? Boden? Juhu. Oh, nö. Da kommt doch jetzt bestimmt wieder irgendein ekliges, riesenfettes Monster, Alter, was zu viele Chickenburger gegessen hat. Pam, 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 was sag ich? Ach, das geht ja. Oh, nö. 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 Los! Los! Wo? Was? Eigenbeschuss. Viele Gegner können einander mit ihren Angriffen beeinflussen. Dies kann Dante zu seinem Vorteil nutzen. Dafür brauche ich noch nen Ding. Schauen wir uns das Bildchen an. Cool, jetzt hat er den eingefolgt. Okay. Yeah! Ah, er hat mich eingefrogt. Oh, jetzt haben wir beide eingefrogt. So! Iiiihohohoho. Fuck you Dantee. Was? Fick dich selber. Oh, scheiße! Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Großer Liebensstern. So, zurück. Sind hier reingekommen. Hier geht's weiter. Kommen wir da irgendwie hoch? Nein. Nein. Ah, da hinten geht's in einen Raum mit Sense. Da will ich jetzt aber nicht. Ich will jetzt hier einfach mal durch ein bisschen. So. Oh, fuck. Wer jetzt glaubt, das waren schon alle Monster, was wir heute treffen werden. Der wird wahrscheinlich leider falsch liegen. Ich hoffe es dennoch. Jetzt will ich verarschen. Und wieder wird sie weggehen. Nee? Äh, schon wieder zu... Oh nein, da ist ne Kreuzung. Ich vermute einfach mal, dass es hier, wo dieses eklige Glibberzeug ist, weitergeht. Hier geht's jetzt nur links weiter. Der Gang wird wieder nach hinten gehen, oder? Da kannst du jedoch keinem erzählen. Oh nein. Oh nein. Was war da? Eine Türe? Ne. Lassen wir uns einfach mal hier durchrushen. Ah, kacke. Das war nicht geplant. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Bitch. Ah, Steuerung. Juh, Statue. So, einmal abschießen. Ja, Verbesserungen. Oh, Siris. Was haben wir hier noch? Reiß, Wolf. Drücken nach... Was? Okay. Linke Schultertaste. Drücke kurz oder halb DB. Mit dieser Erweiterung vom Rotor geht das Gemetzel einfach weiter. Double Up. Schwingt die Sätze wie ein Rotor über Dantes Koffer und hebt ihn und die umgebenden Gegner höher in die Luft. Mitreißen können wir schon. Niederreißen. Ein mitreißender Wirbelsturm hebt Dante und ihm umgebende Gegner gehen in den Himmel. Hä? Okay. Strähne. Ein vorwärtschwingender Angriff, der mit einem mitreißenden Wirbel endet. Den will ich mal kurz im... Okay, langweilig. Nähern. Ja. Alles Kacke. Alles Kacke. Die Schüsse fliegen zwischen Gegnern hin und her. Mit längerer Ladung sich die Anzahl. Das will ich doch mal. Regensturm. Dante kommt rotierend aus der Luft herunter und bedeckt den Boden unter sich dabei mit einem Kugelhagel. Das machen wir als nächstes. Gegenstände. Großen Lebenstern, Kleinen Lebenstern und weiter geht's. Stirbt alle. War da noch eine? Nö? Okay. Was? Nö. Okay. Wann wird's? Oh. 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 Scheiße. Hallo, Sokobus. Was? Äh. Ih. Und das trinken die Leute? Eklig. Wer zur Hölle ist denn für diesen Scheiß verantwortlich? Das ist der Mischvorgang. Doch wir sind eher an der Quelle interessiert. Ich schätze, unser Sokobus befindet sich am anderen Ende. Ganz richtig. Hier entlang. Was? Was? Wow, kacke. Okay. Au. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Nein. Ne fette. Nein. Boah kommt klar. Kacke. Kacke. Das werde ich nicht. Das werde ich nicht schaffen. Scheiße. Ja. 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 Boah, das ist kacke, das ist richtig kacke. So, Jungs, an dieser Stelle wird das Let's Play leider enden. Es tut mir leid, ich bedanke euch für euer Zuschauen. Aua, kacke. Jetzt komm, du siehst mich doch schon lange, renn los. Boah, scheiße. Boah, f*** dich doch. Boah, f*** dich doch. Boah, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, Jungs. Ich schau... Was ist da los? Was? Ich kann gar nicht so viele Lebenssterne fressen, wie ich brauche. Hm... Hä? Was ist jetzt passiert? Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Ja, der Penner dreht sich auch immer um. Unterbrich meine Combo nicht. Na, wenigstens einer. Oh, oh. Oh, okay. Okay. Let's konzentrieren. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Oh, okay. Ich schaff's nicht. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Ich schaff's nicht. Ja. Oh, okay. Ich wollte doch gerade dieses Das sah echt übel aus Das? Quatsch Was? Fick dich Soweit die Szene vorbei ist, machen wir wieder eine Aufnahmepause Was? Ja, die Mission ist vorbei Ich sag's euch, das war jetzt das schwerste überhaupt Ja, das ist jetzt natürlich bitter Sieben Gegenstände verwendet, aber kein einziges Mal gestorben Schön Eine Verbesserung, zwei Verbesserungen, okay Das heißt, wir gehen einmal ins Hauptmenü Ihr habt wieder zwei Folgen Ich bin fertig für heute, ich bin kaputt Ihr könnt mich heute alle am Arsch lecken Bis denn, tschüss